ich gehe mal runter ach die dürfen wir essen lecker frosch frosch schenkel habe ich noch nie gegessen weder in frankreich noch gut ich war ja noch nicht in frankreich von daher kann ich jetzt auch noch nicht sagen wie frosch schenkel so schmecken aber so wie die geräusche machen ist das schon mal knack und schmeckt lecker ein tänzchen um den frosch rum dann schmeckt das erst noch gleich wieder viel leckerer so seid ihr denn jetzt kann ich jetzt die größeren essen schon geht das ich esse erst mal die kleinen auf dann gucke ich mal ob ich jetzt an die großen ran kann ja kann ich gar nicht okay okay hier ist natürlich auch noch ein anderer fisch der mich jetzt hier killen möchte aber dass das nicht schafft weil er immer ein bisschen luft schnappen und wieder rein ins vergnügen und jetzt gucken hier der möchte mir jetzt schaden zufügen aber wenn ich genug frösche gefressen habe dann werde ich ihm mal zeigen wo der frosch schlappen hat er wird sich natürlich jetzt auch die frösche schnappen damit aufwachsen kann und ja denke ich mir einfach mal jetzt noch ein bisschen kleinere essen die kleinen kriegen jetzt zwar nicht so viel aber ich muss mal gucken wegen den großen ja jetzt kann ich die essen jawohl so komm jetzt mach mal hin hier die kann ja auch schon essen lecker lecker fisch leckersche fisch wüste ist doch lecker leckersche fisch habe vorschenkel schmeckt mir lieber ja finde ich finde ich nice irgendwie da ist auch irgendwas anders gewesen gerade noch ein lecker fisch und die kann ich auch essen okay dann will ich mal schnell runter ja okay ein stern ist so ist okay ist okay ein stern ist voll okay er muss auch nicht immer gleich übertreiben also mit den drei sternen so nächstes monster fisch alter okay was kommt da jetzt okay okay jetzt wird sehr laut gerade ich hoffe man kann mich höher noch das wäre sonst echt doof wenn man mich nicht mehr hören könnte okay die orcas können wir auch schon essen ich muss mich erst mal voll fressen weil das spiel kann man sogar zu zweit zocken und man kann in unterschiedlichen alter ist aber ein wenig laut kann sein okay okay ein flugzeug ja natürlich kommt ja den auch ja jetzt erst sich die natürlich schneller ist auch klar jetzt ist sie auch die wahl ist schon mal ach an die jetzt kommen die ganzen bomben nein scheiße jawoller das schon mal gut okay den den muss ich jetzt den blick jetzt auch noch den will ich jetzt auch noch haben was ist jetzt da die da habe ich auch die blau wale die sind wale und blau wale okay oh os alter ok 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 was ist jetzt hier noch muss ich jetzt noch da warten ok ok und drei sterne wieder jawohl läuft auch bei mir also ich weiß nicht was hier gerade los ist mit mir zum ablosen gewesen am anfang und jetzt zack 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 eins nach in den anderen hier haue ich hier weg ja und macht irgendwie total fahren wie gesagt sechs euro bei steam oder knapp sechs euro machen wir nächsten weiter orcas in helikopters ok ok die orcas dürfen wir dann schon mal essen ok jetzt wird es gefährlich denn das hat wir getan das hat wir haben die schießt natürlich jetzt nach bomben mit uns ich muss mich jetzt erstmal irgendwie voll fressen mit den bevor ich die essen kann weil das geht gar nicht alter wenn die mit unten mit den bomben schmeißen dann kann ich schon nein aua ich habe schon wieder ein bisschen abgezogen gekriegt glaube ich also ich meine ich habe das mal in den reviews gelesen dass man wenn man getroffen wird dass man ein wenig von der essensleiste abgezogen recht hat zumindest ein einer geschrieben aber ob man gleich den ein einzigen glauben soll weiß ich nicht genau ich glaube das jetzt einfach mal so kann ich dir das jetzt nein na aua kann ich denn die essen das wird ja hier und hier eine tortur ich gerade ich muss mich noch ein bisschen unter wasser halten damit damit äh ich die äh äh da jetzt kann ich die essen jetzt geht's los ich wollte euch kein gar nicht zu verstecken ich werde euch sowas von ab ja einfach da ist das immer schön einfach von hinten ne und den hier nein den von vorne ja jetzt noch ein paar orcas mitnehmen und noch ein lecker lecker hubschrauber also es gibt nichts besseres als hubschrauber zum zum mittagessen ja geschafft zwei sterne jawohl läuft bei uns doch gerade irgendwie ne also ich ich finde also wir machen das richtig gut oder also ein fischleiter ok fischleiter ok ok das habe ich habe ich auch schon gesehen da kann ich die noch nicht essen boah alter welchen kann ich denn essen hallo 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 muss ich da irgendwie hoch oder was ach ok warte mal das ist das ist eine fischleiter aua wa geht diese fischleiter nach unten oder ich habe irgendwie noch gar nichts gegessen die kann ich essen die kleinen dann bleibe ich jetzt erst mal hier unten am besten ich weiß nicht ob ich jetzt hochfahren soll oder nicht kommen kleine fisch ist ja komm mal her haben den kann ich essen alter hat das wird nein den darf ich noch essen den darf ich essen lecker also eine leiter eigentlich müsste ich hoch fahren aber wenn ich hier unten warten kann und ich weiß nicht ob es da oben jetzt ob es da oben jetzt bessere gibt dass da oben ein paar kleinere schwimmen dass ich die essen kann aber eigentlich müsste man das mal ausprobieren heiße einfach mal ausprobieren jetzt aber komm zack und jetzt aber ne ok gibt es nicht ok nein ahhh ok dann werde ich jetzt mal hier und aua 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 MRAW